Der Social Media Bote informiert. Er schockiert, er interessiert. Der Social Media Bote fragt nicht nach, wo auch andere keine Zeit haben, nachzufragen. Und er schreibt, was andere geschrieben haben. Was in ihm steht, nimmt sich kein Blatt vor den Mund, genauso wenig wie der Social Media Bote. Er hat kein Blatt, daher nennt man ihn ja eine Online-Zeitung. Der Social Media Bote, der Standard unter den Online-Zeitungen, die keine Blätter haben. Ihr Herausgeber